Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Raft. Ja wir haben noch vor eigentlich rüber zu gehen auf das andere Gebäude. Also von da müssen wir jetzt eben auf das andere hier rüber. Ne wo war das Futter? Futter packen wir erstmal hier rein alles. Und den Plan haben wir den eigentlich schon gelernt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den jetzt gelernt haben. Jetzt haben wir den gelernt. Windturbine. Da bin ich mir jetzt gespannt was daraus wird. So und das Essen was wir da jetzt haben wollen wir gleich schnabulieren. So Planke erstmal rein. Da braucht noch ein bisschen. Hai Happen. Zweimal Fisch. Ein Pilz und ein... was sind das da unten? Seetang. Brauchen wir Seetang dafür. Ach Fleisch ist fertig. Nice. Dann gönnen wir uns die beiden schon mal. Und der ist auch fertig. Nice. Für uns heißt das jetzt aber einmal nochmal darüber, damit wir da hinschwingen können. Wir haben Schlüssel eingesammelt. Bruce. Bitte nicht. Autsch. Ich hasse Bruce. Er ist zwar sympathisch, aber ich hasse ihn. Ja Bruce. Kommt er hier durch? Ich komm hier nicht mal durch. Ich komm hier nicht mal mehr raus. Autsch. So und ja dann hier. Dann rennen wir mal nochmal ein bisschen. Ich hoffe hier hat sich jetzt nichts von den Kreaturen hier erholt. Von den Lurkern. Von den riesigen Ratten. Omega. So. Okay. Dann funktioniert immer noch. So. Dann jetzt die Koch. So. Nice. Und hier. So. Da geht es zum Clan. Da wollen wir hoch. So. Wir haben immer noch dieses blaue Ding da. Diese komische Mütze auf dem Kopf. Und ich wundere mich jetzt die ganze Zeit, warum das blaue ist, was da oben leuchtet. Das ist ja immer noch hier die Mütze. Ich brauche mal ja jetzt nicht. So. Und Kran Schlüsse können wir jetzt hier reinpacken. Okay. Was passiert da jetzt? Okay. Wo war das nochmal um hier rüber zu springen? Hier. Haben wir erstmal kaputt gemacht? Alter. Das haben wir jetzt gemacht. Kommen wir von hier auch raus. Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Irgendwas? Irgendwas? Gibt es hier noch irgendwas interessantes? Hier ist ja noch nichts. Nein. Hier vielleicht? Hier gibt es nichts. Okay. Okay. Alter Schwede. Reißen wir einfach mal die halbe Hütte hier ab. Okay. Hier scheint auch alles leer zu sein. Und da soll das eine Zwischendecke sein. Und draußen regnet es. Hier scheint nichts zu sein. Da sehe ich noch einen Bauplan. Das ist alles jetzt nur um in diese Wohnung zu kommen. Da sind Türen. Die können wir nicht aufmachen. Die hier auch nicht. Da geht es unten noch irgendwo hin. Hier ist nichts. So. Was ist das? Vollschnitt eine Batterie aufnehmen. Und Hinweis aufnehmen. Temperance. Hier Varuna Point Historian haben wir freigeschaltet. Okay. Hier geht es raus. Haufe ich mal. Ah. Okay. Das ist der Ausgang. Ah. Hier sind wir. Okay. Und jetzt schnell wieder hoch. Dann sind wir hier jetzt eigentlich offiziell fertig. So. Wir können auch noch den hier eben kurz trinken. So. Ich hoffe Bruce lässt uns in Ruhe. Wo ist Bruce? Hier nicht. Jo. Dann sind wir hier fertig. Dann können wir gehen eigentlich. Also. Nehmen wir den Anker mal raus. Und dann steuern wir hier mal hinweg. Dann steuern wir hier mal hin weg. Kommen wir denn hier raus? Ja, wir sind nun am Bewegen. Okay. Darauf bin ich aber ein bisschen stolz. Okay, das ist ein bisschen doof hier hingestellt, aber ich glaube, in Verbindung damit wäre es nicht anders möglich. Obwohl, wir können es nochmal versuchen. Nee, ich will das gerne hier irgendwo haben. Ja, okay, das wird dann sonst nur... Ja, lassen wir es so. Keine Ahnung, was wir noch für Trophäen finden. In dieser Art, dieser Größen. Aber ich will jetzt den neuen Bauplan lernen. Weil wir jetzt hier verbesserte Batterien bekommen. Dann können wir dann auch eben noch einlagern. Dann können wir hier auch anfangen auch nochmal ein bisschen weiterzubauen. So. Die müssen wir umlagern, das müssen wir umlagern, das müssen wir umlagern. So, die Farbe nehmen wir auch nochmal mit. Was kann hier sonst noch hin? Hier nicht. Aber wir können hier nochmal wieder umtauschen. Den Haken packen wir jetzt an erster Stelle... Nee, warte. Den Haken noch nicht. Der kommt an erster Stelle jetzt. So, der Bauchhammer kommt hier hin. Die Axt kommt hier hin. So. Die bleiben da, wo sie sind. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Und sortieren doch nochmal um. Was haben wir hier? Die Wassermelone kann hier rein. Das kann hier rein. So. Wie sieht es hier aus? Wir haben so viel Metall und Glas. Ich habe keine Ahnung, was wir damit alles machen sollen. Fernglas können wir ja bauen, aber dafür brauchen wir zwei Plastikflaschen. So, was können wir hier? Hier Behälter könnten wir machen. Wir haben dafür genug Glas. Reiniger. Da brauchen wir noch Titanbarren, Leiterplatten, Kunststoff und Schrott. Oder hier ein Grill. Eine Teilbarren. Sechs. Okay, Titanbarren. So teuer. Alter, warum ist das immer so teuer hier? Ja, gehen wir mal hier weiter. Ah ja, da waren wir gerade. Also Steine. Haben wir keine Steine mehr dafür gerade. Packen wir das mal hier hin. Ah, die Seile. Packen wir auch mal hier hin. So. Eins, zwei. Dann können wir... Also, egal. Dann lassen wir das mal. Dann können wir diese Leile wieder hier hin. So. Für hier haben wir sonst nichts. Komm, das packen wir auch mal hier rein. Die können wir auch schon mal einschmelzen gehen. Warte mal. So. Was haben wir sonst hier? Einfache Batterie. Bräuchten wir dafür. Vier Titanbarren. Ernsthaft jetzt? Alter. Ich hoffe, der hält dafür aber auch länger. So. Hier haben wir sonst noch nichts. Ja, das würden wir vielleicht nicht uns im Schlafzimmer einsetzen. Wir haben aber doch noch irgendwas Neues gelernt. Wo war denn das? Muss ich hier wirklich jetzt auch einzelne Dinger hier klicken? Ich habe keine Ahnung. Hier vielleicht? Hier haben wir Tank. Wassertank. Genau, den müssen wir noch bauen. Lagerraum. Ah, hier. Akkuladegeräte. Windturbine. Ah, dann können wir die mit einem LED-Battrinen mit Windkraft auf. Seilrutsche, Recycler, Abfalleimer. Mhm. Achso, übrigens. Pinsel brauchen wir noch. Wo war denn der? Hier. So. Die packen wir auch mal hier hin. Das kann ich hier hin. Die können auch schon mal hier rein. Medizin. Also. Wir haben hier noch einiges, um zu färben. Und wir haben auch wieder Durst. Und dann so. Ich glaube, vorne haben wir schon alles so ungefähr, oder? Nee, den Bereich noch nicht. Okay. Können wir jetzt momentan anfangen? Fangen wir mal. Oh. Nee, ich will den Boden. So. Die fangen erst mit dem Boden an. Jetzt brauchen wir wieder Sparzfarbe. Das können wir nicht umfärben. Also, weil... Weil wir keine Dings mehr haben. Oh. Deswegen kommen wir nicht weiter. Weil wir hier gegen die Insel aufknallen. Ergibt Sinn. Boah, warte. Können wir mal eben kurz schauen, ob wir hier irgendwas für haben. Also, einmal den Metalldetektor brauchen wir. Nee. Hier. Den brauchen wir. Wo ist denn das Ding? Und da. Und die Schaupele einmal ganz kurz. Nein, komm. Jetzt hänge ich hier fest. Toll. Ja, bitte. Titan-Badden. Irgendwas mit Titan. Nein. Sprott und so weiter. Okay. Gibt es hier noch irgendwo eins? Nee. Schade. Jetzt muss ich aber eben einen Weg finden, die hier wieder rauskommen. Aber wir müssen auch ganz kurz hier... Wo war denn das? Da hinten. Den Titan-Baden ein. Aber ja, das erklärt, warum wir hier nicht rauskamen. Oder nicht weiterkamen. Und was das für komische Geräusche waren. Und wir haben ja eine neue... Habe ich irgendwas weggeschmissen gerade? Nee. Wir haben eine neue... 2-1-1. 1. Temperance. So. 2. 1. 1. Und 1. Da hinten ist Temperance. Okay, wir sind... Geradewegs... Auf dem Weg dahin. Wir müssen so oder so noch ein kleines bisschen nach links. Tschüss Insel. Vielleicht brauchen wir nicht mehr. So. Und dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen Farbe herstellen. Planken rein. Können wir auch noch eben den ganzen... ...Rahms hier einlagern. Ja, hiervon brauchen wir nix. Da packen wir mal hier hin. Die Kartoffel können wir uns jetzt mal gönnen. Hm. So, dann kann ich hier noch mal was rein. Ach komm, die können hier rein. Weil hier auch die Angel ist. Und wir können mal schauen, ob wir den vielleicht nicht irgendwie hier aufhängen können. Nee, egal. Wir haben ja einen hier noch auf dem Schrank irgendwo. Nicht in dem. Hier. Ui, da war ein Ruckler. Und weg damit. Frei. Du bist frei. So, die Tarnbahnen haben wir wieder. Eben hier einlagern. So, jetzt ist hier aber Platz für die Dinger. So, die ernten wir mal. Und tauschen die beiden hier. Brot brauchen wir noch nicht. Auch wenn unser Werkzeug hier ist. Wo hat man das hier? Das können wir hier hinpacken. Genauso wie das jetzt. Ne, den lassen wir hier. So, da war wieder Bruce. Okay. Dann dauert das jetzt noch ein bisschen, bis wir wieder Farbe haben. Dann können wir weiterfärben. Und wir machen hier mal einen kurzen Zwicken halt. Der Insel. Dann vielleicht mit etwas Glück kriegen wir hier jetzt endlich unsere kleinen Tierchen. Dann hole ich mal die Kanone raus. Ich will hier durch. Äh, nee. Achso, da hinten. Ich hab mich jetzt gewundert, wo sind die Kisten hin? So, wir brauchen das. Und hier die Kanister. Warte mal, was ist denn das für eine Insel? Oh, das ist eine Bäreninsel. Das ist eine Bäreninsel. Das heißt, wir brauchen auch schnell eine Waffe. Wir tauschen... Wo ist mein Bogen? Da ist mein Bogen. Wir tauschen den Bauhammer. Und nehmen die hier auch noch mit. So, noch ein bisschen beidrehen. Hä? Das ist aber auch eine Art Insel, die wir noch nicht besucht hatten. So, noch ein bisschen. So, jetzt müssen wir auch wieder schneller gehen. Der wirft den Anker einfach nicht. Warum wirft er nie den Anker? Wir haben wieder ordentlich Kisten gesammelt. Ich brauche aber ein einzelnes Tierchen. Nicht die Bienen. Davon haben wir mehr als genug. Fürs Erste. Wir brauchen noch davon keine übertriebenen Farben. So, aber auch erst mal den hier. Ja, da haben wir es. Äh, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Alter, nein, bitte. Hör auf. Hör auf. Nein. Komm schon. Geh weg. Yo. Intermediate Beer Hunter. Okay. Sind so ein Bärenjäger. Und wo ist das Tierchen jetzt hin? Was hier rumgehoppelt hatte? Da. Wir haben ihn. Tragen. Ja. 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 Unser erstes Tierchen. Wo ist unser Griff? Unser erstes Haustier. Mäh. Wir können es schnippeln. Ich hoffe doch, dass wir es schnippeln können. Dann ab nach oben. Dann ab nach oben. Dann ab nach oben. Kann ich den umbenennen. Es hat auf jeden Fall ein Halsband. Boah, ich hole mal eben die Schere. Ja. Hier war schnippeln. Nee. Da oben. Wir könnten es schnippeln. Ich lasse das mal alles hier. Nein. Schere. Okay. Den können wir nicht schnippeln. So. Aber wir brauchen jetzt eben auch noch den Metalldetektor. So, da haben wir den. Und mit etwas Glück finden wir vielleicht da noch das eine oder andere Tier, das wir mitnehmen können. Also gucken wir mal in die richtige Richtung. Ja. Ja, hier. Ja, das sieht nach Titanenbaden aus. Nice. Hier ist noch nichts. Boah, ich hoffe, wir finden hier noch das eine oder andere Tier. Jo. Nein. Bitte nicht. Ich habe keine Zeit für dich. Autsch. komm da haben wir es aber erstmal muss ich den da loswerden das kann doch nicht sein jetzt nervt nicht daneben endlich so dann nehmen wir dann auch noch mit ist aber auch so viel leder eigentlich im grunde gar nicht brauchen und hier hinten ist irgendwo auch nur einer ja das ist immer der richtige weg train nach oben ja geil noch mehr titanen gibt es hier noch ein wir haben auch langsam hunger wir müssen gleich was essen unser tierchen läuft da immer noch immer pilzer nehmen wir auch schon mal mit und die dinger brauchen das ganze dreck damit wir noch mehr ein paar gras bauen können wir haben zumindest eine ziege dann gibt es hier noch irgendwo lamas und hühnchen das weiß ich die wir einsammeln können ich hoffe oben finden wir noch ein oder zwei ne wir können nur einen mitnehmen das lassen wir mal sein das ding läuft immer noch da rum das heißt wir müssen uns regelmäßig um die wiese kümmern oder weil die müssen sich ja von irgendwas ernähren und die pressen dann halt das gras egal dann gehen wir jetzt wieder auf ship oh ja biografschlappen nehmen wir mit die bleiben auf jeden fall immer da wo die wiese ist wo der rasen und dann würde ich sagen in der nächsten folge machen wir weiter vielen dank dass ihr wieder mit dabei war ich bin's euer max deus und ciao das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020